Drei, zwei, eins, Start! Zentrale, es geht los! Die Wuntenpunktzahlen von Massaker und die Fallkruppen von Absturz. Rammt, Crashdurch schrottet euch bis ganz an die Spitze, aber passt auf, wo ihr hinfahrt. Mit Rammung hätte das ein K.O. werden können. Was für ein Crash, Leute! Hier kommt der K.O.! Hier kommt der K.O.!.!!!!!!!!$!! marc!!$!!!&!$!y $!系!$!à! f!opardier! $! Ich hab dich nicht gesehen. Ich kann deinen Breaker sehen, Sergeant. Das war mehr ein freundlicher Klapps als ein echter Rutsch. Wow, das war ein übler Treffer. Der Renter ist direkt beim Start abgesaugt. Ein Stückchen von der Konkurrenz, aber nur hallscharf. Juhu, um Rache zu üben, muss ein neues Auto her. Heute Abend sehen wir die wahre Frau der Allstars. Toll! Aus dem Weg! Es geht einfach nichts über richtig heftige Treffer. Smoke Commander ist im Einsatz. Breaker! Breaker! Sergeant Rescues! Breaker ist bereit! Bedeutung... Breaker! Bedeutung von den Bordenkampen! Uff! Không! Ich habe mich nicht gesehen. Alle Punktzahl ist etwas niedrig. Jede Menge Zeit, das zu ändern. Haha, wir sehen hier einiges an Champion-Potenzial. Heiliger Strohsack, das wird nie langweilig. Noch eine Minute. Dieser Allstar beherrscht die Punktetapel. Spreaker ist startklar. Was passiert wohl? Der Punktestopp ist ziemlich knapp, aber du musst noch etwas aufholen. 30 Sekunden. Hier kommt der King. Sergeant Rescue übernimmt das Kommando von Smoke Commander. 10 5, 4, 3, 2, 1, das war's. Hoffentlich sehen meine Kinder nicht zu. Sergeant Rescue ist besiegt. Das nenne ich mal harmonisch. 5, 4, 3, 5, 6, 3, 2, 1, das war's.